Hallo zusammen, ich bin Jordan und mache Lehre als Konstrukteur in der FISPA. Ich zeige euch mal ein bisschen meinen Alltag, kommt doch mit! Die Haupttätigkeit des Konstrukteurs besteht darin, Modelle und Zeichnungen anhand von Skizzen des Vorgesetzten oder des Kunden zu erstellen. Das machen wir mit Hilfe des CAD-Programms. Darum wäre es gut, wenn du gerne am PC arbeitest. Ein wichtiger Punkt davon ist, die Information zu beschaffen und das Projekt gut durchzuplanen. Auch ein wichtiger Teil ist es, mit einem Kollegen oder mit einem Vorgesetzten zu besprechen, damit das Endprodukt schlussendlich in die Fertigung oder Produktion weitergegeben werden kann. Mir gefällt die Lehre bei der FISPA als Konstrukteur sehr gut, weil da eine sehr entspannte und gute Atmosphäre erst. Das Schöne an diesem Beruf ist, das Produkt, das man konstruiert hat, schlussendlich in Händen zu halten. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick in meinen Alltag geben können. Falls ich dir Interesse geweckt habe, bewirb dich doch schon jetzt! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.